Auf geht's! BISLOW! 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 Moin! Hier ist wieder GOBIS VTV und ja heute war Pokalspiel, ja Sachsen Pokal, Halbfinale gegen Lüneburger SK Hansa und das haben wir 2 zu 0 verloren. Und das sah auch nicht so gut aus, irgendwie war die Mannschaft nicht so ganz bei der Sache. Also ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe heute keine neuen Impulse gesehen. Irgendwie war der Trainer auch nicht so ganz aktiv. Ja, irgendwie, ich weiß nicht was das alles gebracht haben soll, aber Fakt ist, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden. Und ja, die große Überraschung hat nicht geklappt. Wie es jetzt in der Liga weitergehen soll gegen Oldenburg, das ist auch die große Frage. Also derzeit ist alles ganz schön dunkel. Dennoch habe ich jetzt hier ein paar Bilder bzw. einen Film vom Spiel heute. Wir waren natürlich live dabei und habt trotzdem viel Spaß damit. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020